Aber der soll ja auch nicht ohne gewesen sein. Nein, natürlich nicht. Die waren alle, sind alle speziell. Fliegen wir mal ein bisschen die Beiß. Fliegen wir mal ein bisschen. Oh, wahnsinnig schnell. Die Sonne weggeht und schon ist eingeschlafen. Beim Fliegen nennt man dich, glaube ich, auch der einarmige Bandit. Und so schlecht wären ja die Videos nicht, in aller Regel. Das war weniger als 10 Zentimeter. So, komm, bitte Konzentration jetzt mal hier. Das geht ja gar nicht. Ja, man wird verschätzt. Man weiß nicht die optimale Einfluggeschwindigkeit. Das wäre jetzt zum Beispiel mit RCRCM nicht so gut gelungen. Das ist ein bisschen Trägheitsproblem. Wahnsinn, was das ausmacht, wenn es nicht mehr so böig ist, gell? Wie ruhig das dann, als es direkt ist. So, Sonne da. Ich spüre mal ein bisschen. Ich spüre mal ein bisschen. Ich spüre mal ein bisschen. sind der schubbrillant mal wieder fertig machen ja pendelt leitwerk so sieben uhr ja was heißt das für uns ja für mich heißt das dass ich in einer stunde ungefähr anderthalb ins bett geht was sind noch mal fliegen ich war jetzt schön hier oben gewesen es hat mir super gut gefallen das war zwei stunden frische luft die habe ich auf arbeit zwar auch aber